Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Freitag, den 5. April. Heute haben wir dabei Pokémon Go, WhatsApp Business, ganz viel Snapchat, Teslatari und Bumble. Beginnen tun wir mit Pokémon Go. Die werden dieses Jahr zum ersten Mal das Pokémon Go Fest auch in Deutschland stattfinden lassen. Und zwar hier in meiner Heimatstadt in Dortmund. Letztes Jahr hatten wir ja schon die Pokémon Go Safari Zone hier im Westfalenpark. Und damals war schon die Hölle los. Die ganzen Hotels rund um Dortmund waren ausgebucht. Und ich selber habe ja auch hier Leute kennengelernt, die sind aus Hongkong nach Dortmund gekommen, um Pokémon Go zu spielen. Und im Gegensatz zur Safari Zone ist das Pokémon Go Fest nochmal eine Nummer größer. Mit mehr Events, mit mehr Sachen, die stattfinden. Und konkret wird es vom 4. bis zum 7. Juli 2019 in Dortmund hier im Westfalenpark stattfinden. Und im Gegensatz zur Safari Zone kann man nicht einfach auftauchen und in den Park rein, sondern braucht auch Tickets dafür. Und wie die Tickets verteilt werden, das wird Niantic noch bekannt geben. Zusätzlich geht es auch wieder nach Chicago. Da war das Pokémon Go Fest Sommer. Ja, im Sommer irgendwann, ich weiß gar nicht mehr wann. Und auch nochmal nach Asien. Für Asien ist aber noch nicht der Ort und dieses Datum noch nicht bekannt. Chicago ist vom 13. bis zum 16. Juni. Auf jeden Fall, ja, schöne Sache. Ich freue mich auf jeden Fall darauf. Worauf ich mich schon länger gefreut habe, das ist WhatsApp Business für iOS. Das gab es ja schon länger für Android. Ich hatte letztes Jahr auch ein Videotraining dafür, für LinkedIn gemacht, weil ich es nämlich sehr spannend finde. Das ist der Business-Dienst von WhatsApp, der für Unternehmen gedacht ist. In der App können dann Unternehmen ein Business-Profil einrichten und Kontakt mit ihren Kunden entsprechend aufnehmen. Schöne Sache, war schon lange überfällig, dass das auch auf iOS stattfindet. Und jetzt ist es langsam soweit. Und nächstes Thema, beziehungsweise die nächsten Themen sind jetzt alle zu Snapchat. Denn Snap, die Mutterfirma von Snapchat, die hat den großen Snap-Partner-Summit abgehalten. Und der CEO, Ivan Spiegel, der hat diverse Sachen vorgestellt. Und da gehen wir jetzt mal durch. Es gibt ja schon länger die Möglichkeit, in Snapchat auch so kleinere Spiele zu machen. Die sind jetzt nicht so riesig toll gewesen. Aber jetzt will Snapchat mit Snap Games eine richtige Echtzeit-Multiplayer-Gaming-Plattform werden. Und entwickelt da mit diversen Drittanbietern und auch selber Spiele für, die dann mit einem synchronen Gameplay abgewickelt werden können. Das Ganze kann dann direkt aus dem Chat gestartet werden und finanziert sich durch Werbung. Und zwar mit den nicht wegklickbaren sechstsekündigen Werbeclips. Nächste Neuheit war, dass Snap, jetzt hoffentlich, denken Sie wahrscheinlich, eine Lösung gefunden hat, damit nicht alle Ihre Storys kopieren. Sie verteilen einfach Ihre Storys an andere Plattformen. Sprich, als Beispiel, Sie geben zum Beispiel der Dating-Plattform Tinder die Möglichkeit, die Storys bei sich zu integrieren. Und dadurch entwickeln die anderen Plattformen eventuell keine eigenen Story-Formate. Hand in Hand geht damit das Snapchat-Ad-Kit, womit Snapchat Anzeigen von Snapchat auch woanders ausspielt. Und dazu gehört auch das Snapchat-Audience-Network. Das sind entsprechend dann die Partner, die das integriert haben. So kann die Werbung nochmal weiter gestreut werden und Snapchat wird einfach ein bisschen mehr verbreitet. Und schauen wir mal, ob das dann wirklich so viel bringt. Es gibt auf jeden Fall sehr viele verschiedene Details dazu. Da gibt es auch einen sehr interessanten Link, logischerweise in den Shownotes, falls euch das weiter interessiert. Das geht soweit auch, dass die Bitmojis, das sind diese kleinen Comic-Figuren von Snapchat, die man ja von sich selber erstellen kann, dass die sogar auf Smartwatches dann auftauchen können. Also, wer mehr Details möchte, ab in den Link in den Shownotes. Letzte Info zu Snapchat aus diesem Event, das ist die Ankündigung von Scan. Ein doofer Name, ich weiß, aber das Ding heißt halt Scan. Das ist die Augmented Reality-Plattform von Snapchat. Und im einfachen Beispiel ist es, ja, Snapchat, man startet die App, da ist man sofort in der Kamera drin und damit konnte man bislang schon Produkte scannen und hat dann entsprechenden Link zu Amazon bekommen. Genauso konnte man damit, indem man den Finger einfach drauf hielt, Musik scannen und dann hat einem Shazam, heißt das genau, Shazam, den Titel verraten. Und da soll es jetzt noch mehr geben, dass man halt Objekte halt auch scannt und dann wird Giphy genutzt, um das entsprechende GIF zu dem Objekt rauszusuchen. Und zum Beispiel auch die App Photomass wird benutzt, um ein mathematisches Problem zu lösen, was man gescannt hat. Also, es klingt schon sehr wild und bohrt natürlich die Kamera von Snapchat enorm auf. Auch da, für mehr Details, guckt euch einfach mal den Link an, wenn es euch interessiert. Jetzt gehen wir mal von Snapchat weg, aber bleiben bei Spielen, das hatten wir ja gerade bei Snap auch schon, Spiele für Tesla. Ja, im Tesla konnte man ja schon länger ein paar Atari-Spiele spielen und Tesla-Tari, das Feature, wie sie es nennen, Tesla-Tari bekommt jetzt noch mehr Spiele, die man dann spielen kann in der Mittelkonsole, während man Auto fährt, beziehungsweise gefahren wird von seinem Tesla oder auch der Beifahrer kann spielen, wenn der Fahrer selber fährt. Ja, ich weiß nicht, ob man das unbedingt braucht, so alte Atari-Spiele im Auto vorne zum Spielen oder ob das nicht jetzt ein reiner Marketing-Gag ist. Was auch in Richtung Marketing geht, vielleicht nicht unbedingt in Gag, das ist das BumbleMag. Bumble ist eine große Dating-Plattform in Amerika, in Europa auch schon ein bisschen weiter, steht so ein bisschen im Schatten von Tinder. Tinder kennt jeder Bumble nicht. Und Bumble hat jetzt angekündigt, dass sie ein eigenes gedrucktes Magazin rausbringen, mit dem sie sich einfach platzieren wollen. Das ist ein Lifestyle-Magazin, hat diverse Bereiche, die sich auch ein bisschen so an der Navigation von der App orientieren, also sind entsprechend gleich benannt. Und ja, da können sich dann Lifestyle-Interessierte durchlesen und weiter die App nutzen. Also so richtig sind, verstehe ich nicht hinter. Vielleicht hat Bumble das auch nur clever an den Verleger verkauft. Ja, muss jeder selber entscheiden, ob man sowas braucht oder nicht. Print-Magazin habe ich auch schon so lange nicht mehr in der Hand gehabt. Ja, eigentlich liest man digital, denke ich. Und ja, das war es dann auch für heute. Freitag, ihr müsst den letzten Tag der Woche noch um die Ecke bringen und dann habt ihr Wochenende hoffentlich. Ich auch. Ich wünsche euch auf jeden Fall schon mal ein großartiges Wochenende. Bleibt positiv. Und ab Montag wird euch dann der Martin mit News versorgen. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk. Vielen Dank.